Wir sind die Tiger auf der Launauer 1 Oh 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 Wir haben die besten Flächen der ganzen Schweiz Oh 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 Unser Team wird niemals untergehen Oh 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 Wir haben gewonnen gegen Davos Kerl strahlet Krigl strahlet Aschi strahlet Und Kerl sagt heute endlich mal zu diesem Match 3 Kerl, es ist so ein Match Wir haben gewonnen 4-2 1 und 3-2 und 4-2 Und am Schluss war es wie viel? Was war das Schlussresultat? 4-3 Ja Krigl 4-3 Dir hat es natürlich gefallen Super Anno Super Anno Super Anno Wir freuen uns Kommen Woher kommen wir? In Himmel In Playoffs In Playoffs In den Augen Bist du sicher? Jawohl Ich bin mir noch nicht ganz sicher Aber ich hoffe es natürlich Kerl, Playoffs Hast du offen sein Playoffs? Ja Dann kommt es gut Und jetzt noch schnell zum Karia Er ist der beste Spieler Habe ich gehört Ein paar englische Worte für ihn Aber ich meinst du noch was zu Ein Guckenspieler Und die Tore geschossen Also Guckenspieler ist Guckysberg bei Davos Jawohl Ich würde sagen, er ist sehr gut gespielt heute Der Guckysberg Und Guckysberg auch So ein wenig So ein wenig So ein wenig hat er gespielt Ja Aber Karia sagst Topform Topform Karol auf Englisch Oh nein Du kannst auch auf Deutsch Hat es ihm gefallen Karol hat es nicht 3 Punkte Das ist die Hauptsache Aschi dir hat es auch gefallen Ja mir hat es auch gefallen Es war gut Das war wirklich gut Wir hatten Freude Zuerst denke ich verliere noch Aber es kommt gut Sagst du Ich bin Chef Thomsen Grüß Ich bin Chef Thomsen Ich bin Chef Thomsen Ich habe eine gute Tore vorbereitet Also du hast gesagt Auf Deutsch Gute Goal Vorbereiten So in der englischen Stange Also Dann sagen wir Hoffentlich klappt das Das klappt nicht Playoff Hopplang No Hopplang No Hopplang No Und Hopplang No Tschaui Tschauiii Hey Hopplang No Hopplang No Hopplang No Hopplang No Der Kerl so viel hat noch nie geredet Nein Dann sage ich doch Tschauiii Tschauiii Hey Wir wollen die Tigersee Oh 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 Hey Wir wollen die Kämpfersee Oh 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 Denn unser Leben wäre das anders so leer Wir haben die Tiere so gern 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 Untertitelung des ZDF, 2020